so hallo und herzlich willkommen bei tvs mit mir ich bin der maximilian und meinem kollegen ja hi felix mal wieder mit dabei hier genau wir sind heute zu zweit wie unschwer zu erkennen ist gell und fahren heute aus gegebenem anlass ich war nämlich in london vor ein paar tagen mit der london underground um genau zu sein auf der northern line mit einem 1995 tube stock wie sagt steffi die underground genau die steffi sagt underground ja i know ja ich würde sagen ich starte einfach mal das spiel rüste dann den zug auf und felix du kannst ja in der zeit ein bisschen palavra beziehungsweise alles andere zur route und so erzählen wir dann während wir fahren oder das war das signal tatsächlich dass alle leute da sind aber das stimmt auch nicht ganz weil wir sind nur nicht alle drin 148 da würde ich auch in der leute wählen wir mal freund wie bitte da würde ich schon noch mal was ja ja ich bin aber überlegen ob ich das überhaupt macht es wäre doch auch ein witziges gimmick lichter aktiviert bremse gelöst ja bremse genau der zug kann automatisch fahren tatsächlich aber das werde ich jetzt am anfang zumindest noch nicht machen ich werde mal versuchen selber zu fahren versuchen also ich glaube es zu können stand clear of the doors ah nee noch nicht ich gehe mal die ansagen hier durch customers are reminded that for their own safety smoking is not permitted on any part of london underground please mind the gap between the train and the platform und diese ansage ist einfach mal extrem wichtig weil es gibt eine station die heißt bank und an dieser station bei der northern line plattform ich glaube in richtung langsüden hast du ein gap von 30 zentimetern breite und fast 15 zentimetern stufe ja das ist das größte auf der am gesamten u-bahn netz soweit ich weiß das ist aber schlecht die u-bahn ist uralt kann auch ein bisschen was zu erzählen wenn es dich interessiert mit der geschichte ein bisschen auseinandergesetzt ich verspreche nicht alle jahreszahlen zu können aber die wichtigsten kriege ich noch hin alle leute da es regnet übrigens maximilian vergisst den sandstreuer nachher nicht wirklich veröffnet geschlossen es hat zwölf grad celsius es ist bewölkt die höchste temperatur beträgt 14 grad celsius die tiefstemperatur beträgt 12 grad celsius die aktuelle geschwindigkeit beträgt 74 kilometer pro stunde gegen die fahrtrichtung es ist einfach nur verdammt windig okay interessant beim sturm sound dürfte auch regen dabei sein aber ich mein fast irgendwie finde ich ja na dann starten wir 12 uhr 0 30 bis train ist eine überkehr warum man das kleine signal kommt ist eine gute frage das käme erst bei 40 nächstes signal und in 14 174 meter ok beim nächsten waren es rot die erlaubte fahrgeschwindigkeit beträgt 40 kilometer pro stunde 16 24 32 32 38 39 und wir fahren man hört ach nee wir fahren gerade oben ich sag gerade die leute müssen entschuldigen wir haben uns beide irgendwie klauen gefrühstückt wo du recht hast hast du recht ne ja die erlaubte fahrgeschwindigkeit beträgt 72 kilometer pro stunde diese krumme zahl kommt übrigens von der umrechnung von meilen auf kilometer das sind nämlich genau 45 meilen daher kommt das wir sagen wir springen mal raus gell außen wir fahren ein sechs wagen zug davon sind vier wagen angetrieben wir fahren hier jetzt auf der station verbrannte eiche es ist This is a Northern Line train by a Charing Cross terminating at Morden. Okay, es sind alle drinnen. Das heißt, ich warte nur noch auf die Ablauflauf. Die Bremse ist bereits gelöst. 12 Uhr 2, 56. Nächstes Signal. Wurden vier Meter. Stand clear of the doors. This train is about to depart. Please mind the doors. Türen geschlossen. Wer jetzt noch den Bluttenstock in der Tür hat? Hat Pech gehabt. 24. Das stimmt, ja. Und einen kaputten Stock. Wobei, hier würde es vielleicht sogar noch überlegen. Wir sind nämlich oberirdisch. Der unterirdische Abschnitt kommt erst. Der unterirdische, der ist verdammt eng. Da ist, glaube ich, nicht mal ein Zentimeter Platz dazwischen. Doch, sogar ein bisschen mehr tatsächlich. In London, die Tunnel sind ja rund für die U-Bahn. Mit ungefähr 3,75 Meter Durchmesser. Okay. Das heißt, da wäre schon ein bisschen Platz. Weil ich glaube, der Zug ist 2,8 breit. 2,6. Aber trotzdem. Der Platz ist halt nur an der breitesten Stelle. Wenn irgendjemand so bescheuert wäre und der Stock an der oberen Türkante rausstehen lassen würde, dann würde der garantiert abgefahren werden. Naja. Soll ich die Bahn noch eine Runde anschieben? Wie bitte? Soll ich die Bahn noch eine Runde anschieben? Mach mal, mach mal. The next station is Colendaire. Nächstes Signal wird in 150 mit 30. Sag ich das, Colendaire. 55. Colendaire. Yep. Dann kommt Tendencentral. 23. Da geht es noch mal um die Erde kurz. Hört man das? Türen geschlossen. Nee. Bei dem Zug hört man das nicht, nein. So schon wieder. Ich weiß, ich habe nur darauf genau zu gewartet. Türen geschlossen. Müssen sie eigentlich nicht machen, aber ich finde die Pfeife einfach niedlich. 24. 32. 14. 48. 56. 64. 64. Ich glaube jetzt kommt gleich ein kürzer Tunnelabschnitt, wenn ich mich richtig erinnere. 61. Ich bin die Strecke schon länger nicht gefahren und auch jetzt als ich hier in London war, bin ich den Abschnitt nicht gefahren. Ja, wir sind im Tunnel. Ja, wir sind im Tunnel. Hast du ganz gerade gesagt. Fenster geöffnet. Wenn ich das Fenster aufmache, hört man es. Man hört den Wind ein bisschen, den Fahrtwind. 70. 79. 79. Dann kommen wir raus. Holten wir zumindest. Ja, wir sind immer noch im Tunnel. Und draußen hört man dann das Wetter nämlich auch wieder. 71. 72. 72. 72. 72. Jedes kmh zählt hier halt. Mehr. Deswegen gehe ich immer. Genau, jetzt sind wir draußen. 70. Man hört das Wetter wieder. 72. Und der Fahrtwind ist leiser. Ja. Ich würde sagen, ich lasse das Fenster jetzt einfach mal losen. Für die Station. Ja. The next station is Hendon Central. Nächstes Signal wird in 150 Meter. Genau, Hendon Central, danach kommt Grand Cross. 39. 31. 23. 23. 10. 10. This station is Hendon Central. This is a Northern Line train by a Charing Cross terminating at Morden. Nächstes Signal wird in 4 Meter. 12.07. 39. 12.08. Null. Wow, wir haben sogar noch 20 Sekunden. Wow. Und wenn ich jetzt kurz rausspringe. Außen. Hört man auch ein bisschen was von der Station. Ja. Wir sind relativ weit draußen noch von London. Deswegen hört man natürlich entsprechend wenig. So, ab geht's. Das war erstes Zeichen, dass wir fahren dürfen. Klick-Plong. Genau. Wolltest du den Sound bitte her? Äh, den hat Piotr aus dem Beta Team erstellt. Genauso wie ganz viele andere der neuen Sounds. Der macht da einen super Job. Welcher hat der zum Beispiel erstellt? Äh, auch die Sounds für die Entfernung von der Station, die du hier immer wieder hörst. Ja. Zum Beispiel. Fenster geschlossen. Und auch sonst. Ich hab ja mal... Du hast die Sehsicht hier mitgekriegt, dass ein Haufen Sounds ausgetauscht wurden. Nein. Die neuen Sounds sind fast alle von dir. Oh. Also ich wüsste jetzt so spontan gar keinen, der nicht von dir wissen. Ja. Wie man hört, ich hab das Fenster wieder geschlossen. Ja. 50. Muss man manchmal dazu sagen. Ach so. Ja, ja. The next station is Brent Croft. Nächstes Signal wird in 150 Meter. 64. Sagt der das 150 automatisch? 48. Äh, ja, das ist das U-Bahn-Signalisierung-System. Das kommt automatisch. Genau. 24. 16. 8. 1. 9. 10. Bremse angelegt. 2. 0. Türen geschlossen. This station is Brent Croft. This is a Northern Line train by a Charing Cross terminating at Morden. Brrrrrii. 12.09. 14. 12.10. 0. Boah, wir sind gut. Ja. Wir sind echt nicht schlecht dabei. Schlicht nicht. Ähm, nicht schlecht. This train is about to depart. Please mind the doors. Türen geschlossen. Bremse gelöst. 8. 7. Genau beim Zeichen. 24. Passt. 32. Ist er voll? 40. So, was kommt jetzt? 48. 14. 156 Meter voraus. Golderskern. Ah, Golderskern. Genau. 64. Hast du eigentlich mal vor, ähm, noch mal ICE-Strecken zu bauen? Ja, ja. Hab ich. Liegen tatsächlich schon mit den fertigen Daten als rohe Dokumente bei mir. Welche denn zum Beispiel? Äh, Köln-Frankfurt wird neu gebaut. Ja. Ja. Müssen wir auch neu aufnehmen leider. Das ist nämlich bei den Anzeigen von dir einige Hintergrundbrosche dabei. Ja. Ja. Aber ich glaube, du hast das Dokument eh noch. Wenn du magst, kannst du dir die einfach nochmal vornehmen. Ja. Mit weniger Background vielleicht um den Zeichen gegeben. Nein, ich versuch's mal, ja. Ja, aber ist sonst kein Ding. Ich kann das sonst auch erst mal mit der TTS-Stippe machen oder so. Kein Problem. Also guck doch mal im Waze-In-Forum, ob du da was kriegst. Ach so. Ja, ob ich wen krieg, das machen kann. Ja, einfach. Bitte? Ja. Im Idealfall krieg ich wen, der's machen kann. Das wär super. Also Ansagen. Ne, ich meine, ob wir schon fertige Ansagen gefixt können. Irgendwie. Nein, es gibt die Strecke nicht. 71. Deswegen, das weiß ich sogar, dass es die nicht gibt. Gibt es die nicht? Ja, weil sie niemand nachgebaut hat bisher tatsächlich. Keine Ahnung warum. Okay. Welche Verbindungen hast du noch als Rohdatenliefer? Ähm. Haben wir Hannover? Haben wir Hannover? Ja. 55. Okay. 47. Ja. 39. Am 3. Juni war ja 25 Jahre Esche, ne? Ja. Und... 2. 3. 4. Ich bin da im Zusammenhang damit auf den Artikel 10 der Strecke gestoßen und dachte mir, die passt eigentlich noch auf den TWS ganz gut. Und ich hab sie mir mal rausgeschrieben, den Dato. Das ist aber eine recht kurze Strecke, glaube ich, ne? Ähm, 160 Kilometer. ja gar nicht so kurz 2338 metern voraus hamster 12 uhr 12 9 12 uhr 13 0 und wir sind viel zu fünf wenn ich jetzt mit dem ICE fahre fahre ich eine übelst lange Strecke was fährst du das werden wir nicht nachbauen dann werden uns die Leute nämlich fünf teilen und du mich auch erzähl mal das ist der 5 18 von wo nach wo fährt er von hamburg alte oder nach münchen das kann man aber schon nachbauen kann man schon wäre cool wobei ich echt um überlegen bin einfach 200 kilometer länge limit für strecken zu setzen dann kommt das nicht hin ja eben aber na würde ich wahrscheinlich eh nicht machen das ding ist halt ich glaube dass der eurostar deswegen so back aktuell was du mir vorher gezeigt hast weil die Strecke so lang ist aber das muss ich mir noch mal genauer anschauen ja der 5 18er das ist übrigens eine ICE 4 der fährt dann hätten wir für den hier auch eine Strecke als mod gibt es den ja schon 22 32 ja da müssen wir noch mal die ansagen klar das ist erst mal nur so eine rudimentäre Version das würde ich auch definitiv nicht veröffentlichen wenn der Status in dem der jetzt ist no way da bräuchte ich noch Linus aus dem Racer im Forum der hat sicher was so wir sind im Tunnel hat er sich bei dir gemeldet denn die Nuss aus dem Racer oder was ja 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 ich habe ihn vor einigen Monaten angeschrieben wegen seiner Sounds und er hat mir erlaubt einfach fast also alles zu verwendet was von ihm ist was hat der denn alles? einen ganzen Haufen bei manchen hat er selber die Sounds auch nur noch Anfragen verwendet und der konnte mir das Verwendungsrecht natürlich nicht weitergeben aber bei anderen also die 423 und 430 zum Beispiel sind seine die S-Bahnen ja der ICE 3 sind auch seine und der ist auch nicht gut der 3er der ist verdammt gut nämlich ja aber die S-Bahnen auch finde ich ja also die 423 ist super da bin ich schon ein bisschen stolz darauf nicht weil die ist vom Programmieren her nicht einfach das waren 5 oder 6 Motorengeräusche die jeweils ein und ausgeblendet werden ja nee der ICE 4 das ist ein total angenehmes Fahrgefühl ich bin mit dem gestern wieder gefahren auf der Strecke nach Basel SBB ja von Bremen nach Münster boah Bremen Basel das wäre auch so ein ultralanges Ding der startet am Hamburger Hauptbahnhof what? ja das ist ja einmal quer durch Deutschland ja klar krass das heißt der Ding ist auch der 518er von Hamburg 1 oder nach München ja aber der 518er bleibt ja nichts in Deutschland der nach Basel nicht ja ich glaube der nach Basel ist noch ein bisschen länger müsste man mal vergleichen die nächste Station ist nächstes Signal und in 150 Meter spekulier was man machen kann an Strecken und Fahrzeug und so weiter ja na wenn dir irgendwas gutes einfällt dann hau einfach so aus man kann doch mal gerne so ein paar Güterverbindungen machen vielleicht du weißt du welchen Vorteil man hat wenn man so lange Strecken baut du brauchst gar keine Güterverbindungen zu bauen du brauchst gar keine Güterverbindungen zu bauen du kannst einfach einen Fahrplan machen und dem keine Stationen eingehalten werden und das ist ein Güterzug Fahrplan ja aber wir haben ja bisher zwei Güterzüge quasi die Bremse ist bereits gelöst ja keine Strecke für ich weiß also doch für die Class 66 die kann man auf der South Eastern Main Line zum Beispiel fahren und auf der East Coast Main Line auch ja ja da habe ich die extra heraufgehauen ah übrigens wir sind gerade an der tiefsten Station der Londoner U-Bahn oh über uns sind über 50 Meter Erde ja wir sind jetzt dann im Hügel im Übrigen wir wissen dass wir noch aufnehmen ja ja 32 Kilometer ich glaube es gibt so einiges was man noch bauen könnte toll zum Beispiel auf der CE von ich glaube Köln nach Amsterdam runter ja 32 Kilometer du an dem Ding ist Moritz tatsächlich am überlegen der wäre nämlich auch so eine Cross Germany Route bauen sozusagen ich weiß gar nicht was sein aktuelles Ding ist ich glaube Ziegenhagen Köln Aachen oder sowas das ist der AE6 runter dann glaube ich kann sein das ist auf jeden Fall ein krasses Ding 72 Siegenhagen Köln Aachen ist ich weiß nicht was sie gesagt hat keine Ahnung irgendwas mit Siegen und mit Köln und mit Aachen also ach so das sind da verschiedene es ist da mal eine ICE Strecke oder was äh es hängt wohl irgendwie zusammen und wird von manchen ICEs Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 2.000 Metern voraus entsprechend befahren Nächstes Signal Rücken 150 Meter ich habe jetzt keine Ahnung inwiefern das alles zusammenhängt ich habe jetzt noch keinen Ruffeiger wie bitte? ich habe noch keinen Ruffeiger ich habe noch keinen Ruffeiger ich habe noch keinen Ruffeiger ich auch nicht und weißt du warum? erstens weil die bei dir vielleicht noch deaktiviert sind nein sind an ok dann liegt sie an Grund Nummer 2 dass sie natürlich verdammt selten sind ja in Eurofly genauso ja aber und wenn sie da mal da sind bringen sie uns wieder richtig zu schwitzen genau Endurofly ich habe sie deaktiviert ich fahre jetzt automatisch und weißt du warum ich sie deaktiviert habe? wieso? weil sie mir so auf die Nerven gingen weil du es einfach so einen zu erleben kannst du musst nur loslaufen das war's ach du hast das Problem wenn du auf die SOS jetzt wenn du es geschafft hast hast du keinen Funk mehr brauchst du auch nicht Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 1.600 Metern voraus ich wollte mal landen und dann hat er gesagt Landung ohne Landeerlaubnis hast du vielleicht ohne Notfall auf die umgeschaltet? Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 1.400 Metern voraus ah ok dann war das ein Wagen den hatte ich tatsächlich nie aber von dem habe ich ein paar mal gelesen deswegen habe ich sie einfach deaktiviert Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 1.400 Metern voraus die Töne für die Notfälle habe ich auch geändert die muss ich dir erklären na cool ja kannst du nachher dann noch wenn wir hier fertig sind wenn wir hier fertig sind Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 1.000 Metern voraus die nächste Station ist jetzt glaube ich Choke Farm ja und dann kommt Camptown und dann glaube ich Camptown und dann glaube ich Camptown da hinten für diese Farms Jo nächstes Signal wird in 150 Minuten Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 1.800 Metern voraus diese Station ist Choke Farm ach stimmt ja genau das ist so verschieden manche sagen er ist in Camptown und andere sagen er ist in Islington egal wie Islington ist das ist der Nachbarbezirk 12 Uhr 19 44 12 Uhr 20 0 wir sind jetzt im Tunnel außen dementsprechend hört sich die Station anders an ja die sind auch alle fahren Piazza innen this train is about to depart please mind the doors Türen geschlossen Automatik aktiviert Automatik deaktiviert Automatik aktiviert Bremse gelöst ah danke wäre auch grad aufgefallen 24 32 so jetzt kommt gleich ein 40 Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 600 Metern voraus genau da wird er mich dann selbstständig abbremsen hoffe ich macht er normalerweise wahrscheinlich funktioniert sie genau heute nicht 27 Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 400 Metern voraus ja bei Camptown treffen sich alle Estet in Northern Line alle nörgischen das sind 2 und sie teilt sich Geschwindigkeitsbegrenzung von 40 Kilometer pro Stunde in 200 Metern voraus das bedeutet Signal und Weichentechnik das ist ein Albtraum 56 48 aber wie sieht sich da doch irgendwie an um dort eine Fahrt zu beenden ne das stimmt die erlaubte Fahrgeschwindigkeit beträgt 40 Kilometer pro Stunde genau er hat mich jetzt selbstständig runtergepast nächstes Signal und in 150 Meter 2 1 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 9 8 8 9 10 10 9 11 14 15 15 16 15 16 16 16 Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, oder? Das stimmt, ja. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Wenn ja, lasst ein Like und ein Abo da, bitte. Ich freue mich sehr. Und ja, ansonsten viel Spaß beim weiteren Anschauen meiner anderen Videos und einen schönen Abend, oder? Ja, tschüss, ich hoffe es geht. Oder was auch immer. Bis dann. Tschüss.